Was haben all meine YouTube-Videos gemeinsam? Ich lege großen Wert auf eine exakte Körperausrichtung, damit du zu Hause einfach und sicher durch die einzelnen Übungen geleitet wirst. Dass das so ist, wie es ist, ist kein Zufall. Die Grundlage liegt im Anusara-Yoga. Diese Methode habe ich vor über zwölf Jahren für mich entdeckt und auch gelernt. Und jetzt etwas Besonderes für dich. Zusammen mit Veronika unterrichten wir am 1.11. bis 3.11., also an einem Wochenende, die Grundlagen vom Anusara-Yoga. Es ist ein Online-Workshop live über Zoom und wir zeichnen das auch auf für dich. Was ist der Inhalt? Du lernst an diesem Wochenende die fünf universellen Ausrichtungsprinzipien des Anusara-Yogas und das war für mich wirklich ein absoluter Aha-Moment. Diese universellen Ausrichtungsprinzipien, die kannst du in jeder Yoga-Übung anwenden. Das ist wie so ein roter Faden und damit vermeidest du zu Hause Fehler. Du kannst besser auf deine eigenen Baustellen eingehen, kommst mehr in die Kraft, kommst mehr in die Beweglichkeit und du machst dadurch auch viel leichter Fortschritte auf deinen Yoga-Weg. Dieser Grundlagen-Workshop ist wirklich jedem zu empfehlen, der zu Hause Yoga übt, um auch nochmal neue Impulse für die Yoga-Praxis zu bekommen und wichtig wirklich auch so eine Tiefe im Üben. Also ich kann dir versprechen, wenn du dabei bist, wird sich dein Yoga dadurch nochmal positiv verändern. Das ist wie so, als würdest du auf das nächste Level kommen. Deshalb sei mit dabei, du kannst hier direkt buchen. Wir freuen uns auf dich und dann sehen wir uns live auf der Matte oder du nutzt die Videoaufzeichnungen.